Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, die Order of Dawn. Ja? Gut, du machst doch den Baum da weg, der uns da so im Weg steht. Äh, ansonsten... ...müssten eigentlich alle Arbeiter ihr Arbeiter sein. Also rufe ich doch mal 5. Schick dich kurz hier hoch, damit wir wieder mehr Sicht haben. Das ist ein Hinterhalt! So, da stopp ich euch mal. Jetzt bauen wir erst mal die schöne Verteidigung auf. Hier. Aus vier normalen Türme und zwei von den Eiswerfern. Und dann müssen wir Nahrung sammeln. Was ihr wollt, sofort! Sofort! Also ja, wir sehen die Orks. Wir sehen auch die Skelette wieder. Da kommt schon wieder ein Ascheskelett runter. Und das sind keine Orks, das sind Trolle. Großes Haupthaus haben wir, glaube ich, noch nicht. Sollten wir dann auch irgendwo mal errichten. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Das hier können wir mal machen. Das Bauwerk ist vollendet zum Ruhme Ahrens. So, noch mehr Defense. So sei es. Ja, sofort. Zum Ruhme Ahrens. Die Rune ruft schon unterwegs, wie ihr wünscht. Vorsicht, Gegner! Ja, das große Haupthaus wird uns ja auch nicht viel bringen, leider. Das ist ein Hinterhalt! Nächstes Ascheskelett, okay. Die Rune ruft, wie ihr wünscht. Ja? Wie ihr wünscht. Das wird es ein Stück zurückfallen. So, so ein Türmchen. Das ist ein Hinterhalt! Was ihr wollt! Ihr kostet hauptsächlich Lenya. Also ist das verkraftbar. Lenya haben wir ja genug. Könnten aber jetzt schon unsere ersten Windschützen holen. Holen. Befehlt. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. In Windeseile. Elends Segen. Schnell wie ein Pfeil. Aber eher erst mal hier hinten. Oh, du willst dich kommen? Was ihr wollt. Meine heilige Pflicht. Vorsicht, Gegner! So. Sprecht. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist mir eine Ehre. Okay. Machen wir noch einen Turm. Ich habe die so selten gebaut, die Frostbringer, dass ich sie fast schon nicht mehr in Erinnerung hatte, wie sie aussehen. Weil ich früher halt auch nicht viele Verteidigungsgebäude gebaut habe, muss ich zugeben. Glock. Ich höre... Seid auf der Hut! Sprecht! Äh... Wo zur Hölle willst du... Schon unterwegs! Sofort! Was ihr wollt! So sei es! Ja? Sofort! Ist ja nicht so, als ob es hier unten noch mehr als genug Holz geben würde. Dorthin! Klasch! Oh, der Baum ist weg. Gut. Das heißt, wir können jetzt theoretisch das Nahrungslager mal errichten. Was ist euer Begehr? Jetzt müssen wir unsere Holzfäller-Elfe finden. Außer das war sie gerade. Die Rune ruft... Ah, ne Jäger-Gilde. Wie ihr wünscht. Die Rune ruft... Vielleicht noch ein normales Jagdhaus, dass wir schneller Nahrung sammeln. Also ich glaube, zwei Jäger-Gilde werden etwas übertrieben. Was ihr wollt! Jagdhaus... Aber auch... Das Bauwerk ist vollendet. Ja, da kommen sie so gut wie nicht mehr durch. Ähm... Die Schule der Alten wäre eigentlich auch noch nicht verkehrt. Das Bauwerk ist vollendet. Und ein Eisenlager zu errichten. Ja, sofort! Zum Ruhme Ahrens! So, also unsere Verteidigung steht. So, also unsere Verteidigung steht. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Hm. Ruinen, Heilerinnen und Eisenlager verbrauchen in Weitgebieten weniger Mana. Machen wir das einfach mal. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Äh... Ein Eisenlager... Ach stimmt, das ist ja das riesige Teil. Okay. Okay. Wie sieht's mit einem großen Haupthaus aus? Auch nicht genug Platz. Oh! So wie's aussieht, schicken die Trolle jetzt Truppen. Los, Schwestern! Sofort! Oh, da ist, da ist doch Platz für ein großes Haupthaus. Und da ist da oben auch sicherlich Platz für ein Eisennager. Und auch die Skelette sind schon etwas grummeliger. Hm. Aber wir können unsere erste Erhöhung machen und können noch mehr Windschützen ausbilden. Es ist mir eine Ehre. Oh, aber jetzt kommen da oben auch Truppen langsam an. Hm. Schnell wie ein Pfeil. In Windeseile. So, unser zweiter Batzen Windschützen. Das Bauwerk ist vollendet. So, da fehlt jetzt wirklich nur noch das Eisenlager. Oh, das können wir doch noch hier rein quetschen. Sehr gut, sehr gut. Schnell wie ein Pfeil. In Windeseile. In Windeseile. Da kommt ein Orkangriff. Äh, ein Urokangriff. Tolle. 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 Da kommen Untote, ja. Sofort. Zum Ruhme Ahrens. Mein Bogen für die Ruhme. Vorwärtsschwestern. Naja, ich hab jetzt Truppen. Stand halten, Männer. Vorsicht, Gegner. Metallhelm. Metallhelm. Auch gut. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist mir eine Ehre. So, hier verbräuchten wir Eisen. Das wir nicht haben. Vielen Dank.